In Großbritannien hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen erstmals die Schwelle von 100.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Regierungsangaben 106.122 Ansteckungen registriert. Hauptgrund für die regelrechte Explosion der Infektionszahlen ist die Omikron-Variante des Coronavirus. Großbritannien ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Bisher wurden mehr als 11 Millionen Infektionsfälle registriert, mehr als 147.000 Menschen starben an dem Virus. Inzwischen ist Omikron die dominierende Virusvariante im Land. Dennoch hat der britische Regierungschef Boris Johnson bisher keine Verschärfung der Einschränkungen verhängt. Er kann allerdings nur über die Maßnahmen für England bestimmen. Schottland und Wales haben wegen der Omikron-Variante bereits neue Corona-Beschränkungen angekündigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017